Erkonomische Stühle, verstellbare Tische und jede Menge Obstkörbe. Unternehmen lassen sich mittlerweile einiges einfallen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Aber nützt das auch etwas? Darüber wollen wir heute beim Xing Talk sprechen mit dem ehemaligen Fußballprofi und heutigen Unternehmer Marcel Jansen. Herzlich willkommen. Marcel, du hast lange Zeit auf höchstem Niveau Fußball gespielt. Die Gesundheit war dein Kapital. Was war dein Rezept, um gesund zu bleiben? Das Rezept war ja nicht immer von Anfang an da. Das ist ja erstmal ein Riesenthema der Aufklärung. Was ja auch schon mal ein Problem ist. Das hat sich extrem gewandelt in dem Moment, wo ich Leistungssportler noch viel mehr Nationalspieler wurde. Da hat man einfach den Zugang zu so viel Wissen und zu viel nützlichen Wissen, wo es nicht nur darum geht, aufgeklärt zu sein, sondern auch anwenden zu können. Und das ist ja das große Problem in der Gesundheit. Und da ist man sehr, sehr privilegiert, also als Nationalspieler oder Bundesligaspieler, dass man einfach so viele gute Sachen bekommt, die auch Spaß machen. Das heißt, Gesundheit bedeutet auch Lifestyle und nicht irgendwie Verzicht. Und das ist ja so gerade in Deutschland ein Riesenthema, dass viele denken, wenn man auf gesund ist, dass man verzichten muss. Und da war ich dann und meine Ex-Kollegen oder die Sportler sind da deutlich privilegierter gewesen. Du hast nämlich auch gesagt, die Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter wie Leistungssportler behandeln. Was meinst du damit? Ja, eigentlich ist es erstaunlich, wie weit wir eigentlich von einem richtigen Gesundheitsmanagement weg sind. Es liegt daran, dass man sich auch nie da orientiert hat, wo es Sinn macht. Nämlich im Leistungssport. Warum? Könnte man denken, was hat das Hotel oder der Gastronomiebetrieb oder die Werbeagentur mit ihren Mitarbeitern, mit dem Leistungssportler in der Bundesliga zu tun? Ganz, ganz viel. In der Anmoderation hast du es eben gesagt. Es ist das Kapital. Das Kapital des Unternehmens sind die Mitarbeiter. Und wenn man sich die Krankenakten anguckt und gerade bei dem Thema, ich sag mal, Hauptschwachstelle, also Thema Statik, Rücken, Kniebeschwerden, Bandscheibe und die Ausfallzeiten da und wie hoch die Ausfallzeiten sind, dann ist das Wahnsinn. Und so konnte ich einen Vergleich ziehen eben, weil meine Eltern eben Leistungssportler waren im Alltag. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaisers Tengelmann sowohl Büroarbeit als auch lange Wege, die er dort hatte. Und die ganzen Verletzungsmuster, die ganzen Probleme, die er hatte oder meine Eltern hatten, werden mit dem Wissen, was ich dann hatte als Nationalspieler, leicht zu beheben gewesen. Das heißt, Bandscheibenvorfälle, viele Erkältungen und das halt mit ganz konkreten Lösungen. Das Problem ist ja, dass wir in einer Welt der Symptombekämpfung leben. Das gibt ein paar, die das freut, aber der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer hat da nichts von und die Kassen auch nicht. Denn Thema Prävention geistert immer rum. Ich glaube, es geht schon längst nicht mehr um Prävention, sondern es geht schon längst darum, dass der Mensch insgesamt in einem sehr, sehr kranken System ist. Das fängt da an, überhaupt einen Arzttermin zu bekommen. Das fängt da an, überhaupt ein Gefühl zu haben, gut aufgehoben zu sein und eben das Thema Aufklärung, um dann aber in eine Lösung zu kommen. Viele Gesundheitstage, die stattfinden, die bringen halt zwar Aufklärung, aber keine Lösung. Und deshalb sind sie sehr, sehr uneffektiv und verbessern absolut nicht das Gesundheitsbewusstsein oder den Gesundheitsstatus im Unternehmen. Und trotzdem ist es positiv, deshalb ist ja nicht alles negativ, dass Unternehmen sich damit befassen. Bereit sind, Geld zu investieren, was sie auch müssen und auch bereit sind, sich dafür zu öffnen. Das ist ja erstmal sehr, sehr positiv. Und da muss man aber auch hinterfragen, was genau wird da eben angeboten? Du hast es eben angeteasert. Ich wollte gerade fragen, also sie machen, du würdest schon sagen, die Unternehmen machen was, das ist gut, aber sie machen das Falsche oder? Nein, ich würde auch nicht immer sagen, dass es alles falsch ist. Das müsste man aber immer halt prüfen und Unternehmen wollen immer oft, ja und dann nächstes Jahr muss es wieder ein anderer Gesundheitstag sein oder muss es wieder was für die Mitarbeiter. Nein, es muss um Gesundheit gehen und es muss um nachhaltiges Konzept geben, das zu erhalten. Das soll auch Spaß machen und cool und interessant sein, aber es soll keine Freizeitveranstaltung sein. Der Leistungssportler lässt sich auch nicht durchchecken, damit er dann eben Top-Leistung bringen kann. Und für uns war das ein Geschenk, dass wir dann auch überall gute Termine bekommen haben. Das Gleiche könnte man auch installieren in Unternehmen und dass es auch wirtschaftlich passt, liegt daran, weil man ganz schnell die Quote der Ausfälle verbessert, aber auch eben, weil man dort ein gesundes System eben aufsetzen kann, wie man sehr, sehr effektiv an Ursachen rangeht. Wenn du an die Ursachen rangehst des Einzelmitarbeiters, das soll ja nicht alles zum Chef gelangen. Das haben ja viele die Angst. Nein, es geht ja darum zu sagen, bei Check-Ups, ja, bei verschiedenen Systemen, die man eben macht, die ich aus dem Leistungssport kenne, kann man eins zu eins übertragen, eben auf den Mitarbeiter und dann Lösungen zu finden für den Mitarbeiter in seiner Welt. Und er wird einen ganz anderen Blickwinkel bekommen, genau wie ich ihn bekommen habe und beeindruckt war, auf einmal, wo man Nationalspieler ist, wie das alles so läuft und wie das geht. Und das Gleiche geht auch eben, wenn man, wenn man dieses Wissen teilt und sharet. Und da muss man halt konkret werden. Und da sind zumindest, sagen wir mal, gute Ansätze in Unternehmen, aber oft einfach auch, wird viel Geld ausgegeben, ja, aber es wird medizinisch nicht wirklich konkret bewertet. Das heißt zum Beispiel höhenvorstellbare Tische. Wenn du einen richtig guten Arzt fragst, ja, also ein Sportarzt, der wird sagen, wie kann ich jemanden, der in einer Sitzbelastung sein ganzes Leben ist, ins Stehen bringen? Das heißt, der ganze Körper hat ja sich angepasst auf den Arbeitsplatz. Das ist nicht immer alles nur schlimm. Natürlich tut da Bewegung gut. Natürlich ist es auch mal gut, vielleicht mal ein bisschen, mal kurz zu stehen, zehn Minuten oder nach oder vor der Arbeit ein bisschen Bewegung zu haben, mal nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern die Treppen. Aber dann wird zu viel Sportangebot, ist ja auch nicht zwingend gut, wenn jemand das nicht gewohnt ist. Jemand, der 14 Kilometer am Tag im Hotel läuft oder in der Gastronomie, den in Sport zu kriegen, ist total hirnrissig, weil wie soll der Körper diese Belastung verarbeiten? Sondern man muss viel mehr an die Basis, in Statik, in der Versorgung und eben sich genau den Arbeitsplatz angucken. Und auch das Thema, wie gehe ich damit um? Wenn da jetzt diese Tische stehen, die man vorstellen kann, wer ist der Ansprechpartner für diese Tische? Wie ist die Armlänge zur Hüfte? Auf welche Höhe ist überhaupt die perfekte Höhe, um den Tisch einzustellen? Die Leute machen das. Ziehen das Ding hoch und stehen und dann haben sie vielleicht einen Knickfuß oder nach innen oder einen Knicksenkspreizfuß, haben aber keine Einlagen, stehen schief am Tisch, ziehen noch die Schultern hoch. Also da wird ihr jede Art sagen, das wird euch eher auf die Füße fallen oder Leute zu viel in den Sport zu kriegen, die es vorher nicht gemacht haben, weil sie es vielleicht auch nicht möchten oder machen. Das geht alles viel einfacher und muss viel mehr angepasst sein. Es wird immer viel zu sehr in Extreme abgeleitet, anstatt wirklich realistisch am Arbeitsplatz zu bleiben und auch am Menschen zu bleiben. Individuelle Lösungen. Genau, individuelle Lösungen. Was ist denn für den Einzelnen eben gut? Und das kann für den einen auch mal ein Sport sein, der ihm Spaß macht, aber es muss vor allen Dingen auch ein Bewusstsein sein, eine Aufklärung sein und konkret Lösungen für Probleme. Und nicht halt eben nur aufklären und dann im nächsten Jahr kommt noch ein bisschen was dazu, sondern was mache ich denn danach. Jetzt würden wahrscheinlich Unternehmen sagen, zumindest ab einer gewissen Mitarbeitergröße, wie sollen wir das denn leisten? Das ist doch einfach viel zu viel Geld, jetzt jeden Mitarbeiter sozusagen zu scannen. Was könnte, wie könnte man das lösen oder was würde das entgegnen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn man guckt. Es gibt auch ältere Studien, unabhängige Studien. Also das Thema zum Beispiel von Ursachen begründet durch Statik, durch eine Fehlstatik. Das heißt, egal ob man in einem sehr aktiven Beruf ist, also viel unterwegs ist oder halt viel sitzt und dann in die Bewegung kommt, also wo die Statik das Problem ist für zum Beispiel Rückenbeschwerden, für Bandscheibe, für Kniebeschwerden. Das sind ja auch die, wo die Leute sehr, sehr lange ausfallen. Oder wenn sie dann zum Arzt gehen, dann ist es schon zu spät, weil dann sind es lange Ausfallzeiten. Und das kann jedes Unternehmer messen, wie viel Geld das ein Unternehmen kostet. Das sind so bei alte Zahlen, die werden immer höher, sind bei 25 Prozent sind alleine mindestens diese Statik. Und wenn man das mal hochrechnet, dann braucht man nicht mehr darüber reden, ob man im kleinen wirklich effektiven, kleinen Gesundheitszirkel und ein bestimmtes betriebliches Gesundheitsmengensystem etabliert, was jedes Jahr wirklich wie so eine Art, ich sage mal der HSV, der macht seinen Check-up, geht ins UKE. Das muss jedes Unternehmen jedes Jahr haben für die Mitarbeiter und das kann sich verteilen. Das ist überhaupt nicht so teuer. Und wenn man nur, ich glaube, x Prozente davon umsetzt und eine Verbesserung hat, ist es sogar noch ein Geschäft fürs Unternehmen. Weil definitiv die Rate durch die Aufklärung, aber auch durch die Ansätze, die konkreten Lösungsansätze in den verschiedensten Bereichen, die individuellen Lösungen, wenn man die Gesundheit so verbessert, dass es an einer anderen Stelle wieder Geld reinbringt, weil die Leute nämlich weniger krank sind. Also das ist schon sehr leistbar und machbar. Du bist mittlerweile in einem Sanitätshaus beteiligt und bist sehr überzeugt von der Macht der Kompression. Warum? Ja, wobei, das muss man nochmal richtig sagen. Ich bin nicht beteiligt, sondern ich bin Gründer. Genau aus dem Grund, dass ich sage, das Sanitätshaus haben wir vor über neun oder zehn Jahren in Mönchengladbach angefangen, weil es die Anlaufstelle ist für Hilfsmittel. Wir Menschen brauchen Hilfe, weil wir hohen Belastungen ausgesetzt sind. Also der, um das nochmal zu sagen, ein nur sehr nur Beispiel, da gibt es ja hunderte, die Krankenschwester, der Kellner, die Mitarbeiter in Hotels, die laufen pro Tag mehr als ein Bundesligaspieler an einem Samstag. Die haben keine Physiotherapie, die haben keine Kompressionsversorgung, die haben keine Einlagenversorgung, wo man als Sportler denkt, das ist ein Unding. Vor allem, weil das kleine Sachen sind, die leistbar sind, die da sind, wenn sie in einer guten Qualität sind, auch ein bisschen individuell angepasst sind, gerade beim Thema Einlagen, das hilft extrem. Und deshalb habe ich damals mir entschieden, ein Sanitätshaus mitzugründen, um einfach diese Anlaufstelle, weil wir sind alle Leistungssportler, dass mein Papa eben hätte nicht die drei Bandscheibenvorfälle gebraucht aufgrund von Fehlbelastung und Fehlstatik. Und, 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 dass es für alle Menschen, auch für die Kassenpatienten, bezahlbar eine Möglichkeit gibt, was für die Gesundheit zu tun. Deshalb habe ich gegründet und nicht beteiligt, sondern ich bin Gründer. Das ist entstanden von zwei Menschen, also von einem damaligen Physiotherapeuten und mir, wie wir dann die Gesundheit in Deutschland auch ein bisschen konkretisieren können, wie wir das ein altgestaubte Blick auf Sanitätshäuser, da möchte man ja gar nicht hin. Dabei ist es genau der Laden, wo man eigentlich Bock haben muss, hinzugehen, weil für den, der gerne um die Alster läuft, für den, der gerne Bewegung macht, der, der irgendwie eine Blackroll, der Elektrotherapie machen möchte, der eine Beratung mal möchte, der eine Analyse mal in zehn Minuten machen möchte, eine Ganganalyse, ja, auf den Füßen, unser Fundament. Wir gehen zum Zahnarzt, das weiß jeder, aber keiner lässt die Füße checken. Das ist das, worauf wir jeden Tag stehen. Das Wissen bei dem Wichtigsten, das wäre so, als wenn wir über unsere Häuser nichts über unser Fundament wissen, beim Auto nichts über unsere Achse wissen. Das wäre ein Unding. Und Füße als unser Fundament ist etwas, was nie wirklich ins Bewusstsein gerückt wurde. Es gibt da viele Gründe, warum das so ist, aber da wollen wir halt eben angreifen mit unserer Gründung und auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu helfen und zu sagen, nicht nur der Nationalspieler bekommt die Vollversorgung, sondern auch Frau Schmitz aus Altona und das auch bezahlbar. Das geht. Du sprichst es noch an, im Fußball habt ihr Mediziner im Team. Sollten die Führungskräfte auch geschult werden, um bessere Ansprechpartner für ihr Team zu sein? Also klar, Aufklärung, Botschaften, Sätzen vergeben. Klar, ich glaube, in meinen Unternehmen, oder die wir gegründet haben, die noch sehr jung sind, muss es eine Grundvoraussetzung geben. Was man für die Mitarbeiter macht und warum man es macht. Also das heißt, es muss erstmal eine etablierte Tradition werden, zu sagen, eine gewisse Art von Check-ups zu haben mit konkreten Ursachen und Lösungen. Also Ursachen, die gefunden werden, um eben halt die Symptome wegzubekommen. Das ist ja das, woran es krankt. Denn nur Rückenschmerzen zu haben, ist ja die Frage, wo kommen die her? Die sind ja nicht da, weil ich vor die Wand gelaufen bin oder mir mein Knie gestoßen habe am Tisch, dann weiß ich, woher es kommt. Aber die Schmerzen sind da und diese Ursachen zu bekommen. Deshalb müssen Unternehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst nehmen und ihre entweder Führungskräfte oder es gibt ja sogar schon Verantwortliche für BGM ebenso schulen, dass das Eitel, das sind viele Eitelkeiten auch manchmal, weil der Job der BGM-Beauftragte wird eigentlich noch wichtiger, wenn man einen sinnvollen Partner hat. Weil das ist ja so viel ein Koordinationsaufwand, weil jedes Unternehmen ja sein Innenleben hat. Aber es ist alles machbar, wenn man eine hohe Priorität auf diesem Thema hat. Es haben auch immer mehrere. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, die wir jetzt begleiten, auch teilweise schon im zweiten Jahr. Und es werden immer mehr. Und das macht auch Spaß. Und ich denke, dass die komplette Kompetenz auch nicht in einem Unternehmen sitzen kann zum Thema Gesundheit, ist ja klar, weil der Schwerpunkt ganz woanders liegt. Es ist auch schwierig, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und da ist es natürlich für uns, und das haben wir für uns gesagt, kann zu sagen, wir sind der externe Partner. Ein großes Thema ist ja nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit. Wie siehst du das? Was sollte hier passieren? Genau, das sind die zwei Punkte, die uns überhaupt funktionieren lassen. Aber das ist ja immer so, mein Lieblingsleitsatz ist immer, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen, nämlich gesund zu sein. Und das sagt eigentlich alles aus, wie wichtig das Thema Gesundheit ist. Nicht nur bezogen auf, ich bin gesund und ich kann jetzt meinen Job gut machen, sondern ich bin gesund, komme auch gut in die Rente. Wofür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, wenn ich danach keine Lebensqualität mehr habe? Weil mein Körper kaputt ist oder stark eingeschränkt ist. Das Thema Mindset funktioniert auch nur mit einer guten Energiebereitstellung. Ich kann zwar ein positiver Typ sein, aber wenn ich irgendwie extrem viel Übergewicht habe, weil ich nicht viel weiß über Ernährung oder das Thema Ernährung als ein Riesenschwerpunkt nicht habe, zieht mir das auch Energie und dem auch Lebensqualität. Das heißt nicht, dass man nicht am Wochenende mal seinen Burger, Pizza oder einen Wein oder ein Bier trinkt, das mache ich auch. Da würde ich niemals darauf verzichten. Es geht immer um das Verhältnis und um die Extreme und um diese Kultur, die man auch in Deutschland langsam verändern muss, die sich auch verändert. Dass man nicht nur das Motoröl für 16 Euro kauft, weil für 5 Euro das würde auch funktionieren, ist dann nur ein Motor, aber danach irgendwo so einen komischen Burger isst für 2,50 Euro. Das ist zum Glück im Wandel und das ist auch richtig so. Das heißt nicht, sich zu belohnen und auch mal ein Soul Food zu sich zu nehmen, wo man gerade darauf Bock hat, sondern man muss halt und jeder muss und hat ein Anrecht darauf zu funktionieren und gesund zu sein und deshalb muss dort viel passieren. Und natürlich ist einmal die mentale Schulung, also Persönlichkeitsentwicklung, auch jeder so seinen eigenen Weg irgendwie zu finden und zu definieren. Aber die Grundvoraussetzung ist dafür eine statische, körperliche Gesundheit plus, finde ich, das Thema Ernährung, weil das gibt uns die Energie. Das wäre ja so mit dem Auto, wenn der Tank leer ist und ich fahre Tanken, um danach weiterzufahren. Und bei den Menschen ist es so, sie gehen essen, um danach auf die Couch zu gehen, weil sie so müde vom Essen sind. Also das macht ja total keinen Sinn, wenn man dann in das Foodkoma am Mittag fällt. Da müsste, würde ich als Chef, würde mir schwindelig werden, wenn ich weiß, mein Mitarbeiter ist jetzt zwei Stunden gar nicht leistungsfähig, weil er gerade beim Mittagstisch beim Italiener war oder irgendwo, wo viel reingestopft wird, um mit Sahnesoßen und was weiß ich, um dann wieder zum Arbeitsplatz zu gehen. Das ist halt total nicht sinnig und funktioniert auch nicht gut. Ja, Marcel, vielen Dank für deinen Besuch. Wir nehmen mit, es braucht individuelle Lösungen und Mitarbeiter sollten wie Leistungssportler behandelt werden. Und nun sind wir gespannt auf Ihre Erfahrungen. Werden Sie wie ein Leistungssportler behandelt? Dann kommentieren Sie gerne und schauen Sie auch beim nächsten Xing Talk wieder vorbei. Bis dahin.